Wir sind alarmiert worden zu einem brennenden Bauwagen in der Verlängerung des Aalwegs in der Feldgemarkung. Als wir hier fort eingetroffen sind, stand der Bauwagen bereits in Vollbrand sowie einige um den Bauwagen gelagerte Strohballen. Wir haben einen Löschangriff mit einem C-Rohr eingeleitet und im weiteren Einsatzverlauf mit zwei Deholstrahlrohren aufgrund des Wassermangels hier vor Ort. Da in der Nähe kein Hydrant ist, mussten wir den Pendelverkehr mit einem Pflückfahrzeug einrichten. Die Feuerwehr Bernbach war hier eingesetzt mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften und einem Rettungswagen stand hier zu unserer Absicherung in Breitschaft. Der Einsatz dauert jetzt bereits mehrere Stunden. Das Problem, da treten wir auch noch nicht.